Man hört oft, wenn man Kind ist, dass Frauen keine Mathematik können und das ist gar nicht wahr. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert und ich wollte auch im technischen Bereich bleiben. Das hat mir immer Spaß gemacht. Für mich war das MINT-Programm der richtige Weg, weil ich einen Übergang zwischen Studium und Berufsleben haben wollte und was speziell an dem MINT-Programm ist, ist, dass wir anfangen, wo wir auch später hinwollen, Entwicklung oder Produktion und da habe ich Produktionstechnik gewählt und wir können dann im Rahmen des Programmes uns weiterqualifizieren und ein Netzwerk in Unternehmen aufbauen. Innerhalb des MINT-Programms kann man seine Qualifizierung selbst gestalten und da guckt man, welche Hospitation in anderen Bereichen sinnvoll sein könnte oder welche weitere Qualifizierungsmaßnahmen gerne hätte. Zum Beispiel bei mir habe ich auch ein Einzeltraining auf Deutsch gemacht, um meine Sprachkenntnis zu verbessern. Mein Weg bei Trumpf hat erst gerade begonnen. Drei Jahre später bin ich immer noch da. Der Übergang war sehr reibungslos zwischen dem MINT-Programm und der Festanstellung. Mein Name ist Claire Grégoire, ich bin Ingenieurin in der Produktion bei Trumpf und das ist mein Weg. Kirchhoff kritisiert über ich Bis zum nächsten Mal.